Also, ich wollte euch hier alle sehen, weil ich bin in der nächsten Runde. Nächste Runde von was? Mission Mars Space Programm. Das ist eine One-Way-Reise. Das wollte ich erst sagen, wenn es sicher ist. Ich fliege zum Mars, um das nächste Kapitel der Menschheit zu schreiben. Das hier wird mein Zuhause. Hier werde ich arbeiten, Pionierarbeit leisten und sterben. Was kann ich für Sie tun, Mr. McAllister? Also, ich hätte gerne eine Lebensversicherung. Ich fliege zum Mars. Wieso tust du das? Das hat mich noch keiner gefragt. Ich aber. Hi. Hi. Hallo. Oh, da ruft, glaube ich, den Vater. Ja, warte, dass... Ich muss jetzt etwas tun, leider. Und ich bin schon zu spät. Du kannst kommen, wenn du willst. Okay, ja. 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 Großartig. Wir nennen es den Mars Grau. Nein, so nennen wir sie nicht. Dad, was sollen wir tun? Er baut Maschinen für einen anderen Planeten. Dein Bruder ist nicht verrückt. Wir alle suchen Zerstreuung. Und er macht es so, ist doch gut. Ich kann das nicht mehr lange machen. Ich würde sie dir überschreiben. Ich fliege zum Mars. Sie ist mal realistisch. Komm schon. Na, was macht das, wenn du es hier bist? Was das macht? Jetzt sind wir da mit drin. Ich meine, Sie werden schon die Wahrheit sehen, wenn ich mit dem... Sieh doch nur deine Mission. Und? Da ist ein Haufen Wenn und Aber. Das ist das Risiko. Nein, du gibst auf. Das Leben findet einen Weg. Das ist aus Jurassic Park. Eine alte russische... Nein, es ist doch aus Jurassic Park. Ist das die beste Idee? Geht klar. Wie konnte er mich alleinlaufen mit dieser Irrenfamilie? Ihr seid nun die Sterne der Milchstraße. Aber heute ist ein guter Tag, um auf dem Mars zu sein. Drei, zwei, eins. Und du würdest wirklich all das hier aufgeben? Bis zum nächsten Mal. Kom 갈itter. Amen.